Ein Praxisraum der FH Joanneum am LKH Graz. Hier können Studierende des Bereichs Gesundheits- und Krankenpflege ihr Wissen in authentischen Klinik-Szenarien testen, an als Patientinnen verkleideten Studienkolleginnen ebenso, wie vor allem auch an sogenannten Mannequins, medizinischen Puppen, die sogar sprechen können. Dafür sorgt eine Lehrende, die im Nebenraum mittels Mikrofon in die Rolle der frisch operierten Patientin schlüpft. Ein Stockwerk höher beobachten Studierende das Pflegeverhalten ihrer Kolleginnen und Kollegen genau und analysieren es mit einer Lehrenden auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist die Abwechslung, was das Studium für mich persönlich ausmacht. Verschiedene Praktika habe ich jetzt schon absolviert, eben im Moment das fünfte gerade abgeschlossen und ich kann sagen, dass es die richtige Wahl für mich war. Das Schöne für die jungen Menschen, die sich dafür entscheiden, ist, dass sie sich danach in vielen Bereichen wirklich aussuchen können, wo gehen sie hin. Also es ist auf der einen Seite ein sicherer Arbeitsplatz, auf der anderen Seite hat er ganz viele Facetten. Auch an der FH Joanneum selbst sorgen neben wissenschaftlichen Vorlesungen viele Praxiseinheiten dafür, dass die jungen Leute auf die Arbeitswelt vorbereitet sind. Ist es doch ein Berufsfeld, das einiges abverlangt. Dass in der Pflege sehr viele Rahmenbedingungen verbessert werden müssen, ich glaube das weiß jeder mittlerweile. Trotz allem ist es ein wunderschöner Beruf, wo man wirklich ganz viel Feedback von Menschen auch zurückbekommt. Es ist die Interaktion mit den Menschen, die mir so taugt. Also eben, dass man Menschen helfen kann, beziehungsweise, dass man viel mit Menschen zusammenarbeitet. Und auch der Dank von den Menschen, egal ob es im Kinderbereich ist oder im Seniorenbereich. Die Leute sind froh, dass wer da ist. Und das ist das Schöne daran. Gesundheits- und Krankenpflege, ein Bachelorstudium an der FH Joanneum in Graz für Menschen mit Herz und Engagement. Untertitelung des ZDF für funk, 2017